Hol das Haspe! Wow! Okay, das gefällt dir! Herzlich willkommen zu Kill It With Fire Heat Wave Dieses Game habe ich uns in den Marktplatz gefunden und wir wollen das heute mal ausprobieren Ich habe es noch kurz eingespielt Es geht irgendwie darum, ich soll anscheinend Spinnen killen Auf verschiedene Art und Weise So, ich möchte sagen, wir machen jetzt mal erster Kontakt Was ist der Arkan? Okay, keine Ahnung, was das ist, aber Vase nehmen Jetzt soll ich die mit Ihnen nehmen können Da, Spinne! Ja, aber wie kann ich die jetzt töten? Ey, ich krieg dich, du scheiß Spinne Ich krieg dich, ich krieg dich Ach komm, wo liegt jetzt das scheiß Klemmbrett? Ach, da liegt es Töte eine Spinne Ich komm hier aber immer noch nicht rein Sind hier noch weitere Spinnen vielleicht drinnen? Ne Aber, ich muss sagen Die Grafik ist für ein Free Game Ist die Grafik gar nicht mal so scheiße Geil! Jippoo! Man kann das Ding auch Alter, ich liebe es Immer wenn man Dinge zerstören kann Finde ich die Games geil What? Was war das? Na ja, wo finde ich die Spinnen? Checkst du mir nicht ganz, wo ich die Spinnen finden soll? Was ist das schon wieder? Spinnen! Okay, ist immer wenn ich das höre, ist hier eine Spinne unterwegs Wo ist die? Da! Da! Hol den Spinnen Wieso kann ich jetzt drauf zugreifen? Achso, gar nicht Ah, ich glaube, ich muss eine gewisse Anzahl an Tasts erledigen Ah, verstanden Hä? Ich muss vierzehnen Ne Hä? Was? Ach, boah, bin ich, Alter Ah, okay, ich hab's verstanden Ach, geil, da kann ich jetzt auch drauf zugreifen Was ist das? Okay, gut Das heißt, dann nehme ich mir schon Wie kann ich das Buch werfen? So? Ne Ah, so kann ich das Buch werfen Komm schon! Wow, wow, die ist jetzt schon wie, Alter Uff, da muss ich mich aber ordentlich dran halten Nein, 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 nein Ach, wow, die ist schon mal weg Ey, hier liegt zu viele Sachen Hä, Digga, wie soll man das schaffen? Buch Wo ist die Spinne? Da Hä? Ich hab die doch mit dem Buch gekillt Warte, an der steht noch mal ein kurzes Replay Ja, ey Hä? Ich hab die doch mit dem Buch gekillt Ich suche jetzt noch mal alle Schubladen Wow, sag jetzt bitte nicht Ich hab alle Dinger gekillt So langsam gefällt mir das Game Also ich will doch diese Bücheraufgabe nicht hinbekomme Ey, mir fehlt hier eine Taste Um die obere Schublade freizuschalten Hä? Die hab ich doch jetzt auch mit dem Ding getötet Leute, ich kann auch crouchen Oder muss ich die so killen Irgendwie Ach komm, Alter Hol das Haspel Wow Das gefällt mir Lol, ich kann die so einfach verbretten Lol Da hab ich doch einen Oder etwa nicht Noch, die lebt nicht mehr Wow Wow, ich muss zwei Also muss ich die Büchertaste schaffen Okay Ich bin mal gespannt, was hier drin verbirgt Weil mich kann man den hier mehr einsetzen Ähm Da Ja, das Game gefällt mir immer besser Oh geil, die Schuriken sind sogar wieder verwertbar Das ist geil Schuriken Feuer Sind hier irgendwo Spinnen drinne Das ist mein Buch Habe ich's jetzt geschafft? Ey, es gibt keine Spinnen mehr Was ist denn überhaupt hier drinne? Ey, näh, oder? Ey, gibt's hierfür irgendwie keine Nachladung-Dinger für? Nö, anscheinend nicht Oh, das heißt, ich muss das Level nochmal spielen Ey Ich will wissen, was dieser Dings-Handschuh ist Oh, das find ich nett, dass ich meine Ausrüstung behalte Erste Begegnung Sind die Tast jetzt schon Ah Das find ich natürlich enorm nett Okay, also ich muss nicht von vorne spielen Hier soll angeblich eine Spinne in der Nähe sein Oh, hier Oh, hier Wow, ich bin... Fuck, ich hab die aus dem Augen verloren Warte mal, wenn ich die einmal mit dem Ding... Warte mal, wie viele Hits brauchen die, um mit so einem Klemmbrett zu sterben? Wenn ich die jetzt mit dem Klemmbrett schlage Okay, warum ist die beim Klemmbrett instant tot? Hä? Wie oft muss ich eigentlich noch mit dem Buch hitten? Ach wow, ich guck da einfach mal ganz kurz im Internet nach Das wird mir jetzt gerade zu blöd Dieses graue 2-Buch Und ich sag eins, wenn es jetzt instant geht Oh, ja! Endlich! So, jetzt ist ja das hier verfügbar, oder? Warte mal, ich muss... Arsch! Wow, ich hätte mir vielleicht mal durchlesen sollen, was ich... Tötisch bin mit dem Revolver ohne nachzuladen Okay Ey, wieso toppe ich jetzt raus? Ja, Dinger Ich muss 5 killen, ich hab nur 6 Schuss Das heißt, ich darf jetzt nicht mehr vertreffen Ja, okay, gut, ich hab's voll verkackt Boah, Dinger, wie lange muss ich diese Scheiße jetzt eigentlich hier machen? Geklappt? Nein, aber ich muss da hinknallen Okay, verstanden Dann geh ins Loch Geil, dann treff ich dich auf jeden Fall Oder auch nicht So, ich warte jetzt einfach mal ganz kurz Bis die erste Spinne kommt Hä? Warte, wenn ich die Türe schließe So, ich bin jetzt genau drauf Hä? So Kann das sein, dass ich nur eine gewisse Hitbox haben? Jetzt bin ich richtig So Oh, die Zeit könnte knapp werden Hä? Mann, ich will doch immer nur das schaffen Brennen hier auch welche rum? Easy Puh, da wird sich Einmal verfehlen Okay, und das war's Mann, das war so ein perfekter Try Mann Dann geh ich jetzt hier Ich glaub, hier bin ich irgendwie besser im Jagen Hab ich das Gefühl Ey, Dinger, das ist echt schwer Erster getroffen Zweiter getroffen Uff Drei getroffen Vier getroffen Oh mein Gott Oh mein Gott, ich hab so gut getroffen Öff Fuck Puh Fuck Ey, hier müssen die so rennen Und das war's Irgendwann habe ich jetzt draußen, glaube ich, mehr Glück Na, okay, gut Und das war's Ey, und jetzt Digga Okay Und das war's Ich werde zumindest jetzt Ich werde es nicht so schnell abbrechen, damit ich zumindest noch die Chance habe, ein bisschen zu trainieren Die drauf sind geil Hier dürfen gerne noch ein paar mehr runterkommen, gell Fuck Und das war es Digga Weißt du, ich bin jetzt richtig zu viel Schleppen Ich bin so einer Ich muss alles schaffen Wenn es ein Level gibt, wo ich drei Sterne habe, dann höre ich nicht auf, wofür ich diese drei Sterne habe Mach ich auch nicht weiter Aber anders ist halt auch kein Bock mehr gerade auf das Ding drauf Deswegen Warte mal, wenn ich mein Sensi vielleicht ein bisschen runter stelle Oh, das klappt, glaube ich schon besser Alter, ich muss noch ein Scheißdinger treffen In zehn Sekunden, uff Das wird mal eine Challenge Oh mein Gott, ja Neeeee O-M-G 18 Minuten nochmal Uff 5 von 5 5 von 5 1 von 1 Abgeschlossen Juhu Vielleicht kann ich noch irgendwas upgraden Nein, natürlich nicht Schade Hä? Warte mal Wir haben doch heute Wenn ich es aufnehme Den 22. September Und ehre ich mich da Ja, wir haben den September Hä? Ich glaube, dann haben die Developer Ein bisschen was vergessen rauszucoden Aber naja, egal Wenn es euch gefallen hat Ich vermute, ihr habt es vor ein paar Sekunden Sowieso schon gesehen Dann lasst doch gerne ein Like da Ein Abo Und aktiviert die Glocke Wir stehen schon wieder kurz vor den 100 Abonnenten Schon wieder, weil wir sie kurz erreicht hatten Für den Tag Und dann waren sie vorbei Dann waren sie wieder weg Aber Deswegen gibt es auch heute auch keine Facecam Aber wenn wir es schaffen Dann gibt es hier Facecam Und dieses Mal werden wir es Über eine Woche stabil halten So 105 Halten Stabil Officer ab 100 Dann werden wir Werde übrigens ich noch Gifo Machen Und diesmal keine langweiligen Steam Keys Verschenken Nein, denn ich werde eine 5 Euro PaySafe Card verschenken Vielleicht werde ich den Betrag auch noch erhöhen Mal gucken Vielleicht auf 10 Euro erhöhen Und eine 5 Euro Muss ich noch schauen Wie es mit meinen Finanzen aussieht Aber ja Wenn es euch gefallen hat Dann wie schon gesagt Die folgenden Schritte Like Abo Und Glocke Und ich würde sagen Wir sehen uns im nächsten Video Wieder Macht's gut Bis zum nächsten Mal Und ciao Leute Bis zum nächsten Mal